herzlich willkommen zu einem neuen shop video mich hat jetzt schon die neuigkeiten gesehen es gibt neuen die mode wieder ja wir werden uns den ganzen jetzt den ganzen shop jetzt angucken und wenn ich die videos hier auf dem kanal gefallen würde ich mich auf jeden fall über ein abo und like freuen wir auf jeden fall super nice und jetzt schauen wir mal in den item shop rein wir haben heute auch eine menge menge skins auf der linken seite nicht drei die jetzt heute neu drin sind und dann ehemal das psychopaket ist wahrscheinlich noch etwas länger drin bleiben wird mal gucken ob sie ganz zeit drin bleibt und eben auf der rechten seite 9 mode ich würde sagen in ganz links sind mit dem nachtglanz charakter das hat auch verschiedene stile einmal leuchtend und einmal nicht leuchtend leuchten sieht natürlich deutlich cooler aus das backpack sieht auch nice aus so ein kleines alien im prinzip drin ist auch leuchtet gefällt mir auf jeden fall dazu gibt sie spaltlich spitzhacke die auch super nice aussieht oben mit dem schweif oder die essenz lackierung ist jetzt nicht allzu spektakulär aber ist trotzdem eigentlich ganz nett ich hätte mir vielleicht eine etwas größere animation gewünscht dann hier der sonne eruptions charakter im prinzip der männliche version davon auch mit zwei stilen einmal ohne mit leuchten dazu für den backpack mit alien drin und das ganze leuchtet auch wieder aber wir strahlen axt finde ich hat sich ganz so cool wie von der weiblichen version dann haben wir die kern lackierung sieht eigentlich ganz nice aus mit den punkten die darüber gehen leuchtet auch richtig schön denn vor allem auf der helfe snipe sieht es nice aus ja dann schauen wir uns doch mal das letzte an und zwar den flieder gleiter sieht richtig nice aus gefällt mir auf jeden fall von animation her sonst als laut und auch nicht allzu groß geht dementsprechend klar dann habe ich hier den lace charakter aus den uroboros set mit dem teddy als mit dem bär als backpack das kennt an sich ist ganz in ordnung wobei ich ihn nicht episch gemacht hätte dann gibt es noch den paradox charakter ist jemand ziemlich speziell weiter gar kein richtiges gesicht hat beziehungsweise man das gesicht nicht sehen kann das backpack sieht eigentlich ganz nett aus ist in ordnung auf jeden fall dann aber die als echt spitzhacke wird sie aus dem ein auge drin ist jetzt aber keine als spezielle keine als spezielle spitzhacke dann aber hier den equilibrium gleiter und das im prinzip ein standard gleiter oder ist eigentlich gar nicht mehr ein standard gleiter weil im prinzip das ganze hier geändert wurde sieht eigentlich ganz nice aus für 500 wie wachs ist das auf jeden fall vollkommen in ordnung da haben wir hier das psychopaket mit dem psycho bandit dann klebt als backpack und noch die legen am ganz nice sound geht auf jeden fall klar aber hier bräunung spezialist ist auch nice oder das kind ist auf jeden fall in ordnung und dann haben wir neue lama konga aber auf jeden fall nice musik und fortbewegung simon ist auf jeden fall nice den skorpion charakter ist auch nicht schlecht dann haben wir die strandwelle sieht auch mega mega cool aus auch dieser wasser effekt wobei ich da eigentlich den epischen motor natürlich eine sehr sehr feine animation allerdings kommt ihr mal nicht ganz gut zum vorschein aber hier unendliche web ganz heiß auf jeden fall und aber vor knall mit zwei verschiedenen stilen einmal ein fork und einmal vor knall wie man hier nachdem warum uns in der hand hält ist definitiv ganz heiß und den sound befällt mir auf jeden fall das war es dann mit dem shop ich hoffe es hat euch gefallen und dann bis zum nächsten video ciao